Es wäre wohl angebracht, dass ich mich zuerst einmal vorstelle. Mordecai. Ich bin Lord Charlie Mordecai. Charlie Mordecai, Sie alter Schweinepistler. Mordecai. Mordecai. Charlie Mordecai. Kunsthändler, versierter Fechter mit nahezu allen Waffen vertraut. Ausgezeichneter Schusserl. Charlie Mordecai. Beliebt und geschätzt von allen, die mich flüchtig kennen. Ein bisschen vertrottelt, ehrlich gesagt. Charlie. Charlie. Mordecai. Mordecai. Die von ihm gehört. Und dies zauberhafte kleine Ding ist mein Mustache. Du weißt dich leider an einem sympathischen Wirkerflex. Ich dachte, ich seh mir mal an, wie ihr Geheimagenten die Welt dirigiert. Den anderen sollten Sie erstmal wählen. Johnny Depp ist... Mordecai, der Teilzeit-Gauner. Schatz, bitte. Schatz, du bringst mich um. Im Kino.